hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück wir sind hier bei let's play craft the world wie man echt eigentlich sehen sollte es ist schon ein wenig her dass ich gespielt habe heißt ich muss erst mal wieder schauen wo sind wir überhaupt das heißt im endeffekt alle müssen wo man ein bisschen schlafen jetzt nicht gerade weil weil die nächste monsterwelle kommt wieder hier rein finden sie sind alle fleißig am sammeln ich muss sagen leute ihr kommt mal alle nach hause jeder von euch jeder jeder und dann geht immer alle eine runde schlafen so du musst nicht du musst nicht du solltest du solltest geh schlafen geh schlafen ach komm gerne mal eine runde schlafen also heißt wir haben elf zwerge zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und da ist die elfte war schon genau verbrennen und leide wir können erstmals in letzter winter hier war alles was wenn wir mal pennen können wir aber schauen dass ob hier auch alles so läuft wie es soll also die fiecher hier müssen wir immer noch alle killen bald wäre schon nicht schlecht hier ist noch ein schaf hier müssen sie was aufsammeln das heißt hier gehen sie nachher noch hin wenn die monsterwelle weg ist so hier sind sie noch am fällen und am sammeln hast du das schaffe haben sie auch schon oder ne das stimmt gerade von selbst auch gut 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 so weiter geht's da hatte ich noch ein zombie hören hier bin ich auch noch ein bisschen was stimmt ich glaube hier war es noch wo die hat für die letzte folge zum ende noch gegen goblins gekämpft ich weiß gar nicht mehr es ist schon da man ja und da kommen wir uns ein bisschen unregelmäßig deswegen muss ich mal gucken weil ich halt extrem viel zu tun habe ich musste endlich mal so ein bisschen da da so einen kleinen rückgang zu kriegen das ist für mich gerade ein bisschen schwerer kommt zu viel aufeinander und dann in so kurzer zeit das ist widerlich aber was soll es ich versuche zu tun was ich kann und es ist ja im endeffekt nur ein hobby für mich von daher man darf das ja nicht so eng wenn ich mich zu sehr dazu zwingen würde hier groß irgendwie ich muss videos machen ich muss ich muss ich muss dann macht es mir immer keinen spaß mehr und das will ich auch nicht also ich muss eigentlich nur darauf warten dass jetzt in fast drei minuten die dings dann fertig ist die monsterwelle erfahrungspunkte haben wir auch schwer level 12 hat man vielleicht sogar heute noch werde ich dann sehen aufgaben wie sieht es denn da aus aufgaben hallo jetzt wahrscheinlich genau ich muss auch basic ah genau ich muss noch zäunen und sowas bauen genau das gibt mir dann auch noch ein bisschen erfahrungspunkte 25.000 da ist nicht ganz genug aber es wenigstens ein bisschen ja gut ein bisschen 38 steht da noch heißt die hälfte das sind dann da so ungefähr dreiviertel minute so jetzt noch in der werden wir mal hier eben schauen was klingt hier eigentlich alles hier wäre jetzt so unsere zwerge alle ausgerüstet ja man sogar dick noch mit ah so wie erst einmal so so wird zeit hier jetzt kommt er zeit gut überbrückt war na wo sind sie da da weiß er da wenn du kannst du machen Oh, wunderbar. Noch kommt nicht so groß und sicher noch geht das, ja. Wenn man so alle so nach und nach am Backup machen, dann ist es so leichter, als wenn alle gefressen sind, doch mal. Ey, mach das, Mann, Jungs, you know fucks, man. Wunderbar, so macht das gut. Na, warum hat er nicht das auf, auf den? Hm. Hm. Ihr solltet hier nicht schlafen gehen oder sowas, ihr solltet hier... ... 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